so viele haben in meinem buch gestern etwas gesehen und zwar das hier nonstop neu machen seid mal ehrlich wer hat da Bock drauf ich muss echt spüren dass ihr Bock drauf habt dann mache ich das für alle die nicht wissen was nonstop ist nonstop ist mein eigentlich erster offizieller song den ich damals rausgehauen habe der einfach so von alleine ab ging einfach so auf ein youtube bild habe ich da hochgeladen und viele wünschen sich den song noch mal dass ich den quasi richtig raus auf spotify und so ich habe auf jeden fall bock drauf ich habe auf jeden fall bock drauf habt ihr bock drauf das ist die eigentliche frage sagt mir bescheid noch eine klitzekleine sache bald ist Valentinstag wenn ihr ein süßes geschenk für eure freundin oder oder sonst wie für eure zimmerpflanze egal für was ihr süßes geschenk braucht auf jeden fall checkt bald roses ab sehr fresh gibbio gibbio